Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Hogwarts Legacy. Ich habe mit OBS meine Probleme. Bei einem ganz bestimmten Punkt habe ich einen schwarzen Bildschirm, aber meine wie sagt man hier meine Zauber-Sachen werden angezeigt, meine Karte, mein Getränk und wenn ich etwas sage, das wird mir angezeigt, ansonsten ein schwarzes Bildschirmzeichen OBS. Nehmt es auf. Warum, weiß ich nicht. Es ist irgendwie immer an einer bestimmten Stelle. Naja, versuchen wir es heute nochmal mit Nvidia. Ich hoffe Nvidia kackt nicht wieder ab. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ähm. Du wirst dein Kommen bereuen. Von wegen. Ach, wie soll ich sagen. Mir hat ja immer meine Tonspur kaputt gemacht. Von dem her bin ich gespannt, wie es läuft. Also das, was jetzt kommt, ist nicht neu für mich. Deswegen schleichen wir uns an. Weil wir wollen ja den Helm. Da sind sie, die Erschwinderinnen. Und da ist ein Troll. So, wir lassen den Troll mal ein bisschen arbeiten. So, wir lassen den Trollen. Nein! Incendio! Incendio! Protego! Expulso! Mach du mal! Expulso! Dafür stirbst du! Expulso! Was hast du getan? Expulso! Expulso! Was hast du getan? Expulso! 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 Jetzt komm ich an. Expulso! 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 Entspann dich, mein großer Freund. So, das war doch mal einfach. Ach. Okay. Ähm. Viel Scheiße. Na, bisschen Wasser. Ich hoffe es. Oh. Lebst du noch? So kann man feststellen. Okay. Okay. Wer guckt wo? Die Fische liegen ja wieder da. Die Fische liegen ja wieder da. Das muss sich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Ja, und zwar hatte ich dieses schwarze Bildschirm, als ich mit dem Troll gekämpft habe. Das war der Punkt. Ich weiß nicht. Vielleicht braucht OBS ein Update. Also ich habe versucht ein Update zu bekommen. Ging nicht. Dann, äh, muss ich das wahrscheinlich nochmal neu installieren. Aber ich habe jetzt keine Lust. Ich wollte jetzt aufnehmen und... Ja. Bisschen spielen oder so. Ich laufe falsch, oder? Ich bin fast her. Bisschen. Ich, die Luftdreffung. Ja, ich bin fast wieder. Ich bin fast wieder. Oh, oh, oh. noch jemand da da hat doch jemand gezappelt habe ich den ausversen auch du hast meine freunde verletzt und jetzt bezahlst du wo bist du der lag doch hier ich weiß nicht wo du hängst ja hallo Ja, das ist so. Ach ja, wir müssen noch mal dahin. Da war Merlin Rätsel. Ich gebe das eben bei ihm ab und dann machen wir das Merlin Rätsel noch. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Gar nichts. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurückwollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Hm. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Okay. Abgeschlossen. Ich muss jetzt auch noch mal da runter. Zweifellos schon lange verlassen. Wo bin ich? Ach so. Was ist das hier? Oder was ist das hier? Ich glaube, das war das hier, ne? Hallo. Ich frage mich, ob sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an das... Okay. Ich bin totale. Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Reveglio. Wir beten Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Okay. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Also... Le Penso! Bei der Aufruf der Tierstadt habe ich das auch rausgefunden, wie man es irgendwie macht. Oh Gott! Oh Gott! niemand wird glauben dass ich ganz allein eine arschwinderin besiegt habe das glaube ich hier das spiel das ist schon wieder toll aber den haben wir doch schon jetzt aber schnell ich würde sagen wir machen es hier diese prüfung in merlins kriegen mich nicht klein ja ja Was hast du getan? 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 Fliegen mal? zurück... Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Fliegen wir mal? Hier rüber... ist gelaufen ist... adios...